Oh, es geht direkt los. Äh, hallo, willkommen auf dem Zweitkanal. Wollten was Weirdes ausprobieren, das kam bei raus. Wenn ich das hier unten triggere, das ist Absicht. Wird bald gehoben. So, was auch immer hier gerade passiert. Das Spiel heißt Kids. Oha, okay. Oh, okay, ja dann ab, ab ins Loch, Leute. Rein mit euch. Holy shit, was ist das für ein Spiel? Sind das Kinder? Sind das Kinder? Die ich da gerade ins Loch geschmissen hab? Äh. Oh. Ah, ich muss die anklicken. Ist ja richtig gruselig. Ja, und jetzt? Hä? Ach so, ich muss die alle beisammen halten, oder was? Ich versteh's nicht. Hilfe! Was spielen wir da schon wieder? Ich hab keine Ahnung, was das soll. Was ist denn der Sinn? Muss ich den irgendwie connecten mit jemand anderem? Steh auf, Kleines. Steh auf. Oh Gott, was will der denn? Hi. Hallo. Hi. Oh, es redet sogar. Oh. Hey. Hier lang? Oh nein, ich steh wieder ins Loch. Ciao. Hä? Was sagt der? Ja, woher soll ich's dann wissen, wo lang? Hä? Was ist das für ein geisteskrankes Game? Wäääh! Lass es sich so richtig gefühlt fallen. Was kommt denn jetzt? Ist das gerade ein Kackboppel? Sieht aus wie so ein Darm oder sowas. Ihhh. Ihhh. Ist das ein Darm? Oh nein, die Kinder werden ausgekackt. Ah, das ist ein Darm, nachdem ich Bier getrunken hab. Da krieg ich auch immer Bier-Schiss. Nur bei mir kommen keine Kinder aus hinten raus. Okay, ist ja egal. Wir hinterfragen das. Ist das wirklich ein Darm? Äh. Bäh. Bäh, das Geräusch. Bäh. Okay, ich lass mich einfach flown. Gnu trinkt wieder Kaffee. Das heißt, ich bin gleich erlöst. Hahaha. Ja, raus hier. Ja, wunderbar. Wie lange muss ich die Schüssel... Oh Gott, wo komm ich jetzt raus aus dem Ass? Oh, Gnu ist heute wieder echt... Oh. Oh. Oh mein Gott, das war ein Ass. Äh. Ja. Ausgekackte Kinder. Ja, steht mal auf. So schlimm war es doch gar nicht. Genau. Lauft weg. Danach würde ich auch erstmal wegrennen. Komm, lauf weg. Komm, lauf weg. Nein, nicht so viel. Ja, das bin wirklich ich nach einem Kaffee, Mann. Hör auf! Und so kommen Kinder auf die Welt. Bei Gebärmaschinen, genau. Wahrscheinlich sollte es eher eine Geburt darstellen. Da ich aber noch keine Mutter bin, habe ich das jetzt tatsächlich eher mit einem Kacken kombiniert. Oh mein Gott. Ist das so ein bisschen kreislaufmäßig? Ich glaube, das soll so ein bisschen was bedeuten. Du bist erwachsen. Du gehst in den Tod. Und du wirst wiedergeboren. Oder? Okay, dann lass mal... Oh, wie geil, dass wir euch mal alle reinfallen hier jetzt. Wuhu! Reiner! Oh Gott. Achso, die tun auch alle ihre dumme Meinung ändern. So, dann überrede ich euch jetzt alle. So. Keine Ahnung, was ist das für ein Game? Und was macht ihr jetzt? Yeah! Alle wieder rein ins Loch. Los, Leute. Kostet euch nichts. Rein da. Stark der offenen Tür. Super. Hallo? Der will nicht. Jetzt. Oh nein, da kommen ja noch mehr. Oh mein Gott. So hört es sich übrigens an, wenn die Knurrherde weiß, dass es einen Giveaway in meinen Stream gibt. Genauso hört es sich auch an. Okay, was muss ich jetzt machen? Oh. Oh, ich kann die jetzt... Ich kann die daran hindern, sich alle umzubringen. Das ist ja nett. Okay, bitte hört auf. Okay. Oh Gott, okay. Und was kann ich hier machen? Oh Gott, okay. Muss das jetzt ein Kreis werden oder so? Okay, ich habe keine Ahnung, welche Richtung er laufen soll, ihr Mitläufer. Denkt dran, Leute, wer der Herr, der hinterherläuft, der sieht nur Ärsche. Oh, jetzt dürfen sie ins Loch. Jetzt dürft ihr euch umbringen. Oh, hallo. Oh, hallo. Es schwimmt mir hinterher. Süß. Du bist ja ein kleiner eifriger Spermium. Wo willst du denn heute rein, ne? Oh, da rein. Ins Loch. Oh mein Gott, ich wusste es. Das war tatsächlich die Assoziation. Da werden Kinder gezeugt. Darum geht es, oder? Ich glaube, das sollen alles Spermiums sein. Äh, Spermen. Spermas. Spermen. Soll alles Spermier sein, oder? Ich glaube, dass es das sein soll. Deswegen heißt es ja Kids. Oder? Spermien. Ne? Oh, da verstopft es jetzt aber. Da hat man jetzt aber zu viel Spaß, ne? Oh, oh. Oder? Das sind doch Spermien. Habe ich recht? Mensch. Ihr verstopft wieder die Leitung, Mann. Da müssen wir wieder mehr Kaffee nachpumpen, ey. Glückwunsch. Es sind Hundertlinge. Rein da in die Olga. So. Danke, Lady. Dankeschön. Für drei Monate. Oh, dankeschön für die netten Worte. So, und jetzt wird es schmerzhaft. Alles raus da. Oh Gott. Das war ein Riesenschiss. Ich will die nicht rausziehen. So eklig. Ja, und dann werden sie geboren. Ich glaube, das soll es schon bedeuten. So, jetzt sind sie wieder auf der Welt. Oh mein Gott. Hä? Ich auf der Gamescom, wenn ich denke, es kommen nur 50 Leute. Und dann machen die Knus so. Wo sind unsere Giveaways? Ah, nice. Die müssen alle klappen. Boah, Leute, wenn wir uns mal auf der Gamescom sehen, machen wir das auch, okay? Ich muss sagen, spießgeil. Danke, Steampunk. Für drei Monate. Vielen Dank. Und wer tut es dann? Ach so. Dann macht es halt keiner. Ach so, alle zeigen jetzt auf ihn. Oh, in Ordnung. Was macht er jetzt? Oh Gott. Ach, jetzt muss ich wieder als Sperma vorangehen, oder was? Was ist denn das für ein kranker Kreislauf? Ich will die raus! Äh, ich glaube, ich bin Spermi. Ich bin ein Spermi, glaube ich, ja. Hallo, ich bin ein kleines Sperma und ich suche gerade ein Loch. Oder eine befruchtbarte Eizelle, in die ich rein kann. Hallo, da kommt aber nichts. Scheiße, es ist ein Arsch. Hahaha. Oh Mann. Hm. Befinde ich mich gerade in einem S? Muss ich vielleicht mal nach O? Ich muss nach oben schwimmen. Oh Scheiße, jetzt geht das Wettrennen richtig los. Übrigens, Leute, wir sind alle Gewinner. Wir haben alle schon mal gewonnen. Wir sind nämlich auf der Welt. Wir haben einen Wettbewerb gewonnen. Das muss man schon mal so sehen, ne? Kann ich nochmal nach oben gehen? Was geht's da oben so? Oh Gott, ich schwimme mal gegen den Strom. Ich möchte nicht auf die Welt kommen. Nein. Und dann gewinnt man trotzdem. Ich entscheide mich ganz klar gegen diese Schwangerschaft. Ich bin nämlich die Anti-Baby-Pille. Oh Gott, es waren immer mehr. Okay, ich weiß ja nicht, wie lange diese Person schon nicht mehr hat. Aber da kommt selbst eine Anti-Baby-Pille nicht mehr gegen an. Scheißendreck. Ähm, ja, vergessen wir es. Oh Gott, endlich ist es vorbei. Tschüss. Oh nein, singen die alle wieder. Oh nein, singen die alle wieder. Stellt euch mal vor, Sperma würde singen. Das ist so groß, nicht das Spiel. Was soll denn das? Okay. Clap your hand, everybody. You got what it takes. I'm gnu, Lee, and I want you. Oh Gott, das ist... Und wieder ab, runter. Oh nein. Oh nein. Hör da auf mir hinterher zu schwimmen, Mann. Das ist so richtig unangenehm. Na gut, dann schwimmt man halt hinterher. Oh, da, die Eizelle, rein da! Oh nein. Hey, ich will da rein. Hallo? Ich will in die Eizelle rein. Was soll das? Äh, Jungs, irgendwie kommen wir da nicht rein. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, aber... Da... Ah, jetzt. Ah, ich muss die alle reinpacken. Alle rein da. Rein da! So. Oh Gott. Stell dir mal vor, es nisten sich einfach mal 13 Kinder an euch ein. So, dann müssen wir erstmal alle hochschwimmen. Wir gehen jetzt gemeinsam nochmal rein. Eine schöne Linkskurve und dann rein in die Gebärmutter. Super, Leute. So muss das aussehen. Okay, und dann wieder durch den... Können wir mal bitte aufhören? Ich möchte endlich, dass das Spiel vorbei ist. Ich möchte nicht diesen ewigen, langweiligen Kreislauf des Geschlechtsaktes hier durchleben. Ja? Ist das in Ordnung? Oh Gott. Oder soll das ein Darm sein? Es ist... Es ist wirklich verstörend. Es geht jetzt auch noch... Äh. Es ist wie so, wenn du so einen Durchfall hast, dann pocht es auch so. Oh fuck, ich muss wieder aufs Klo. Scheiße, gibt keins. Die Geräusche sind auch so ekelhaft. Äh. 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 Schleim, Schleim. Wie viel sind denn das noch? Hört endlich auf! Kann ich den auch da unten hinschicken? Nee, die gehen alle in die gleiche Richtung. Voll die Mitläufer. Und da kommt noch das Letzte. So, weg mit dir. Und dann wieder alle durch den Arsch. Jetzt stellt euch mal nicht so weg. Ihr kennt mich doch. Ich bin doch der von gerade eben. Ihr seid alle genauso wie ich. Oh, ich kann jetzt da hinlaufen. Oh, das ist gruselig. Ihn, die laufen mir auch noch hinterher und kreisen mich immer wieder ein. Ich will da hinten hin. Da ist doch was offen gewesen. Ich hab's doch genau gesehen. Hilfe! Du spielst so geisteskrank. Ich weiß nicht wohin. Als ob eine Masse so gut, äh, als ob eine Masse so gut gedrillt ist, dass die alle schon weglaufen. Wenn man guckt, die laufen ja alle schon. Das würde ja nie möglich sein. Ah, da ist endlich der Ausgang. Ja! Weg da! Dem haben wir echt alle Platz gemacht. So, und jetzt? Oh, er will nicht mehr. Oh! Komm schon. Komm schon rein da. Oh! Oh, ich hab ihn voll gezwungen! Oh nein, jetzt klatschen die schon wieder. Mann, ey, nein! What the fuck? Was ist, wenn ich nur die Seite klatsche, komm ich dann da rüber? Nee. Hä? Äh, ist es in Ordnung, verwirrt zu sein? Ah, jetzt komm ich auf der Seite raus. Das wollte ich. Und jetzt? Gibt's hier irgendwas? Also, ich muss die auch nochmal klatschen lassen. So, wir gehen jetzt mal an die andere Seite. Halt's Maul. Also, dieses Spiel ist wirklich... Das ist das... Also, nach Plug and Play mit das gestörteste Game, was ich je gespielt hab. Was ist, wenn ich mal nix drück? Ah, da geht die Kamera auch nicht weiter. Oh mein Gott. Oh Gott, also wer Bock hat, verwirrt zu sein, der kauft sie das Spiel. Wenn sie keine Antwort für dieses Video haben wollen, dann finde ich extrem langweilig ist, dann... Oh Mann, also will ich noch kein Video haben. Oh Mann, nochmal kurzור evident. Oh Mann, ja. Tja, ich muss noch... ...dann bin ich... Oh. Oh Mann, super sägert. Oh, ja. Oh,ا. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann, okay. während der Mathearbeit. So. Oh Gott, ich muss sie da alle reinfallen lassen. Das ist ja schrecklich. Jetzt verstopfen wir das Loch aber gerade richtig. Ich weiß ja nicht, wer hier gerade Party feiert, aber es sieht aus, als wäre es nach Corona, Mann. Viel Spaß, enjoy. Rein da mit euch. Rein da alle mit euch. Los, Leute. Tag der offenen Tür. Und alles kostelos. Yeah. Okay, ich lasse euch da jetzt alle reinfallen. Das wird tatsächlich auch weniger. Seht ihr? Oh Gott. Mein Darm, wenn der Döner-Mann wieder extra scharf macht. Aber wirklich. Ach so, die Äußeren, die drücken auch die innen, die an... Ach so, wenn ich nach außen drücke, die pressen die auch einfach mit rein. So, ob die wollen oder nicht. Egal, die Masse will, da ist was kostenlos. Rabatt, was? Giveaway, habe ich gehört. Wuhuuu. So. Dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Der ganze Kranke. Der ganze Kranke Kreislauf. So, rein mit euch, Leute. Los, seid nicht so schüchtern. Ihr seid die Letzten. Oh. Das ist voll traurig, das Spiel. Warum heißt es Kids? Ja. Ich hoffe, ihr hattet nichts Wichtiges vor. Denn das war definitiv verwirrend. Ihr könnt ja mal gerne die Kommentare schreiben, wie ihr es interpretiert habt. Ich glaube, es geht um Geburt und Tod. Aber schreibt gerne mal eure Meinung rein. Ich schieße hier noch ein paar Kinder ab. Beziehungsweise hau die hier noch ein bisschen runter. Das hört sich sonst falsch an. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Spielen. Jetzt raus! Bis zum nächsten Mal.